Hi ihr Lieben, mein Name ist Marion Schauten von Flowers bei Schauten und ich möchte mich noch ganz ganz herzlich bei euch bedanken. Ihr seid verrückt, durchgeknallt, einfach die Geilsten. Wir waren so viele Leute am Sonntag und es hat so viel Spaß gemacht. Im Nachhinein habe ich all die, also den Chatverlauf nochmal in Ruhe durchgelesen und ihr kamt überall her. Das war einfach nur der Wahnsinn und dann überhaufen mich wirklich all diese Bilder, die per Mail kommen auf Instagram. Wirklich hunderte tolle Kreationen. Ich komme gar nicht hinterher, um die alle zu zeigen. Also nicht böse sein, wenn etwas nicht repostet wurde, aber es ist einfach nur der Wahnsinn. Ich habe den Eindruck, dass wir so eine kleine Do-It-Yourself-Welle in Deutschland, als ob die ausgebrochen wäre und ich ein bisschen dazu beigetragen habe. Wirklich mega geil. Ja, jetzt möchte ich ganz gerne auf das Video zukommen, was wir heute machen. Es ist wirklich ein quick and dirty Video, also ein schnelles, dreckiges Video. Nein, das stimmt so nicht, aber ich hatte eine Kundin diese Woche und die hatte ein Tablett mitgebracht und sie wollte keinen klassischen Adventskranz da drauf haben, sondern ja, einfach dieses Tablett ein bisschen schön fertig machen. Und ihr hattet auch mal in den Nachrichten geschrieben, dass ihr gerne sehen möchtet, wie man ein Tablett toll dekorieren kann. Ich habe mal ganz unterschiedliche Varianten mitgebracht. Natürlich alles weihnachtlich, adventlich angehaucht, passend zu dieser Zeit. Ich würde sagen, ich zeige euch, was wir Schönes mitgebracht haben und dann zaubern wir wieder was Schönes. Natürlich schöne Tabletts, eventuell Hyazinthen, schöne Kugeln. Für dieses Tablett habe ich jetzt vier Kerzen mitgebracht, ein paar Naturzapfen und Polstermoos. Dies ist so eine neue Landschaft, so ein bisschen skandinavisch angehaucht, mit kleinen Häuschen, kleinen Bäumchen. Und dies wird eine ganz pure, klare Dekoration mit vier weißen Kerzen. Ja, ihr seht, ich habe unterschiedliche Gruppen vorbereitet. Das ist Gruppe 1, das ist Gruppe 2 und das ist Gruppe 3. Wir fangen mal mit der Mitte an. Also ich habe hier jetzt einfach ein Zinktablett mitgenommen, so ein bisschen in Länglich. Man könnte auch ein Holztablett nehmen. Und es gibt ja heutzutage so ganz, ganz tolle Kerzenhalter. Ich habe jetzt hier einen aus Messing. Da habe ich so ein paar Anissternchen reingemacht. Dann habe ich hier einen aus Marmor. Vielleicht dann natürlich so ein kleines Pappmaché-Häuschen. Und mir war einfach wichtig, dass es alles so ein bisschen purer und klarer wirkt, so von der Idee her. Ich mag das eigentlich so von der Aufteilung her schon ganz gerne. Und wieder 1, 2, 3, 4 Kerzen. Also trotzdem ist es adventlich. Jetzt ist es so noch sehr nüchtern. Und man könnte das noch so ein bisschen aufpimpen, indem man zum Beispiel einen schönen Magnolienast hier drauflegt. Man muss schauen, was man da hat. Oder ich habe heute auch mal ganz außergewöhnlich, ich mache ja immer sehr viel mit der Nobelist-Tanne. Habe ich jetzt aber einfach mal einmal die Nordmann-Tanne mitgenommen. Und ihr seht, super simpel lege ich so ein bisschen mit drauf, mit dazu. Man könnte jetzt eventuell noch kleine Zapfen dazulegen, wenn man möchte, noch mal dieses Bräunliche zu wiederholen. Und ihr seht, die Deko ist fertig. Also weniger ist da einfach mehr. Und wer so einen Farbakzent braucht, der könnte sogar noch einen tollen Ilex-Aste oder so drüber legen. Das wäre mir jetzt so ein bisschen too much. Aber es würde sogar in dieser Farbe ganz cool aussehen. Oder man sagt, ganz kleine Äste legt man einfach noch als Farbakzent dazu. Ich würde es allerdings so schlicht und so nüchtern halten. Und wenn man die Kerzen dann anhat, sieht es wirklich wunderschön aus. Und das Tolle an so einem Tablett ist, das Tannengrün kann man natürlich wirklich sagen, gut, tausche ich in zehn Tagen aus. Und dann lege ich wieder was Frisches drauf. Jetzt habe ich hier so eine Art Käsebrett, würde ich sagen. Eigentlich ganz toll geeignet für einen Adventskanz. Und ich habe noch einen Eukalyptuskanz gewickelt. Oder der wurde gewickelt von Kollegen von mir. Der ist schon so leicht angetrocknet. Aber ich finde trotzdem, dass er Patina hat. Der sieht ganz toll aus mit diesen Fruchtständen. Und der wird noch ein bisschen heller grau. Aber dann sieht man, wie toll das Eukalyptus eigentlich auch eintrocknet. Hier habe ich sehr, sehr schöne Kerzen. Und deswegen braucht er auch nicht so viel Schnickschnack dran. Diese Schneekerzen, die habe ich letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt in Schweden entdeckt. Und ich bin jetzt ganz happy, dass wir sie auch haben. Weil die die meistens auch einfach nur ganz schlicht auf dem Tablett dekoriert haben. Jetzt habe ich diese Kerzenhalter. Ich finde die ganz witzig, weil die haben hier noch so Nummern dran mit 1 und 2. Die restlichen Kerzen, dann kann man die auch eigentlich jeden Tag anmachen. Oder gerade die Zahl, die da ist, finde ich so sehr schlicht, sehr nüchtern. Gefällt mir persönlich. Ich mag das so. Aber wer jetzt so ein bisschen mehr Bewegung braucht, der packt einfach nochmal so einen Magnolienast dazu. Oder einen schönen Olivenast. Da könnte man jetzt auch nochmal ein bisschen Eukalyptus zur Auflockerung drauflegen. Oder hier würde natürlich auch ein Elexast sehr schön aussehen als Farbakzent. I keep it simple today. Das ist heute meine Devise. Also wie gesagt, ein kurzes, schnelles Video von mir, wie man schnell ein schönes Tablett... Oh, das mit der Kiefer gefällt mir allerdings auch noch sehr gut. Das macht es noch so ein bisschen lockerer. Dann ist es nicht so ganz nüchtern. Komm. Wir sind ja auch alle so ein bisschen am Dekorieren. Finde ich sehr schön. Jetzt kommen wir aber zum Highlight. Und das ist dieses große Tablett. Das stellt meistens das größte Problem dar. Viele Leute haben sehr, sehr schöne Tabletts zu Hause. Und es werden meistens einfach nur Kerzen drauf drapiert. Über den Sommer und im Winter. Ich finde es ganz toll, wenn man zum Advent wirklich die Zahl 4 nochmal aufgreift. Man muss es nicht, man kann es aber. Und ich finde auch farblich das ganz schön, um es so ein bisschen zu mischen. Also man kann alles ist in Pink, Bordeaux-Töne nehmen. Ich habe das jetzt alles so ein Creme-Gold-Töne genommen. Das wirkt sehr schön und natürlich. Und in jedem skandinavischen Haushalt ist eigentlich eine Hyazinthe. Viele mögen den Duft nicht, aber ich finde dieses grüne Frühlingserwachen oder einfach dieser neue Start sehr schön. Und deswegen platziere ich die auch sehr gerne. Weil wenn ich in Schweden zu Besuch bin zu Weihnachten, die haben immer Hyazinthe zu Hause. Und mir gefällt es da wirklich sehr, sehr gut. Ich habe jetzt nochmal diese unterschiedlichen Zapfen. Hier habe ich noch eine ganz tolle Kugel. Ich platziere das jetzt einfach mal so ein bisschen wild drauf los in kleinen Gruppen. Und man darf ruhig noch das Tablett hier und da sehen. Jetzt ist es natürlich sehr braun, silber und es ist wenig grün da. Und dafür eignen sich diese Polster ganz, ganz klasse. Wenn die zu dick sind, schneidet die einfach unten so ein bisschen ab. Wichtig ist, dass man halt trotzdem dieses Polster hat und dann kann man das einfach hier nochmal anlegen und hier und da platzieren. Und ich finde, das gibt sofort noch ein bisschen Frische hinein. Aber der Tannenduft darf natürlich auch nicht fehlen. Deswegen würde ich da auch gerne nochmal vielleicht ein, zwei Äste dazu legen. Den schneide ich auch nochmal ab. Ich habe schon gesagt zum Kameramann, also so Tabletts sind ja echt so easy peasy. Aber man muss es einfach mal gesehen haben, man muss es zu Hause so ein bisschen ausprobieren, wo man was positioniert. Es sieht auch leichter aus, als dass es ist. Aber ich hoffe, dass ihr mit diesen Anordnungen, die ich jetzt gerade mache, ein bisschen was anfangen könnt. Auch hier ist es schön, wieder ein bisschen Kiefer mit hineinzunehmen, um es so ein bisschen frischer zu machen. Ihr seht, da nimmt man wieder den Zapfen hoch, legt ihn wieder neu rein. Das ist überhaupt kein Problem. Und es gibt sofort ein bisschen Frische. Soll ich auch noch ein bisschen Oliven? Nee, wir bleiben. Wir bleiben heute bei den schönen Tannengrünsorten. Ganz auch nach diesem natürlichen, gräulichen. Könnte auch noch ein Stückchen Magnolie abnehmen. Ich weiß, dass nicht jeder Magnolie zu Hause hat. Aber wir haben wirklich schon die ersten Magnolien bei uns im Laden. Und ich bin ganz froh, dass dieses Jahr unsere Magnolie da nicht dran glauben muss. Ich muss zwar noch für eine Kundin eine Magnolie abschneiden. Das habe ich ihr versprochen. Die hat nämlich eine ganz tolle Bodenvase. Und wir brauchen auch auf jeden Fall noch ein Stil-Magnolie. So, kein Hexenwerk, Leute. Tablett ist fertig. Super simpel. Meiner Meinung nach wirklich geschmackvoll. Und sowas kann man doch auch wirklich auf einer schönen Holztafel hinstellen. Ich hoffe, euch haben diese Ideen gefallen, wie man ein Tablett gestalten kann. Ihr könnt gerne in den Kommentaren unten schreiben, was ihr die nächsten Wochen gerne sehen möchtet. Natürlich ist unser Weihnachtsbaum dran. Eine geile Tischdek wird auf jeden Fall auch kommen. Aber wenn ihr noch Wünsche habt, schreibt es gerne hinein. Euch wünsche ich allen einen schönen, schönen Abend. Noch eine kreative Woche. Und bis bald. Ciao! 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 Well, I've got news for you. I know you're waiting. Christmas is right here. Well, I've got news for you. I know you're waiting. Christmas is right here. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Klickt einfach hier unten und wenn ihr auch so Deko-verliebt seid wie ich, dann seid ihr richtig beim Channel. Ich gebe immer tolle Deko-Tipps über Weihnachten und natürlich drüber hinaus. Dann abonniert einfach hier oben und drückt aufs Glöckchen.